Mama, Mama, Mama Mama, Mama, Mama Mama, Mama, Mama Oha, okay Cool Dann bin ich, was bin ich? Willst du Mario sein? Oder Toad Toad Dann bin ich Luigi Okay Luigi ist lustig Oha Oha Du bist ne Katze Sweet Oh, ich lauf dir hinterher Du gehst ins zweite Achso, ich hab das erste schon gespielt Hey, warum das denn? Weil ich so dann gewartet habe Hey, wann? Ja, ich kenn die Steuerung gar nicht Wow, wie weit kann ich denn hochlaufen? Mega stark Ich geh runter Geil Ich auch Oha Ui So sweet Oh 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 Warte, 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 warte Nein, ah Nein, stopp Kann ich hauen? Äh Pilz Sieht da aus als Wälder? Äh Boah, die Störung ist so weird Man sieht das da oben, was ist in diesem In diesem Shiny-Ding? Ich bin jetzt in die Tröte Ich will kurz gucken, was in dem Shiny-Ding ist Au Aua Warte, hier ist doch auch safe was Schau doch mal, ah stopp, Karl Ja, warte, 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 ich komm wieder zurück Ich komm wieder zurück Stopp Blase Sieh doch Sachen Guck mal, hier ist auch was, Karl Hä? Karl, actually blind Ja, was denn? Warte Blindsgrieber Spong Ah Also nicht da reingehen, nicht da reingehen Oh, cool Guck mal, wir können einfach so machen Kann man sich drehen in der Luft? Smart Äh So Ah Fandau Oh, warte, hier kann man hoch Nee, Junge Oh, oh Smart Easy Fuck Nein Mein Item Boah, das ist so unenträglich schwer Ah Es ist wirklich noch sehr schwer Es ist wirklich noch sehr schwer Es ist wirklich noch sehr schwer Die Störung ist so schwammig Okay Man muss sich wirklich noch dran gewöhnen an die Steuerung Kann man rennen? Ah Ben Achtung Binter Big Stern Oh no Big Zeit Lilililili Blase Oh Sorry Äh So Ding Alright Oh, da ist die mystische Box Oh Mann Die mystische Box Oh oh Wie schrecklich Oh mein Gott Oh oh Ich hab einen gekillt, hab beide gekillt Smart Ah, sorry Haben wir beide zu? Haben wir dich gerade gekillt? Ja, aber du hast es noch geschafft Ding Ich bin schön auf dem Kopf Warte mal, hier kommen wir jetzt safe hoch Warte mal Aufeinander Oh, smart Aufeinander springen Äh Warte hoch Kann man Walljumpen von der Einer Wand zur nächsten Nee Ich glaub wir müssen da gar nicht hoch Wir müssen da überhaupt hoch, meinst du das geht überhaupt? Das geht Warte Oh Oh, das war gut Ja Oh, so smart Ist hier oben noch was? Ja guck Ich komm mit Äh Siehst du was? Ja Ich glaub wir hätten da nicht hoch Ich glaub wir hätten da nicht hoch Also ich glaub das müsste man nicht Ich glaub man musste nur Äh 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 Ich glaub man konnte die Box verschieben da hin Ich glaub wir müssen ja die mit der Box Ja mit der Box Wir hätten da auch nicht in die andere Richtung müssen Oh da oben ist Big Cash Da oben ist absolut Cash Loot Ähm Oh Oh das war close Oh das war close Immerhin 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 Das war schon mal gut Sehr gut Wollen wir die noch holen Warte Warte Nein Oh Ich muss da nochmal hoch Dann kann ich zu dem Feeder gehen Ja warte Was mach ich Ich geh zu dir Oh oh Blase Du musst da selber B drucken oder so Oh Warte mal Achte Oh Oh fuck Sorry Oh no No Oh So bad Wie Wie rennst du Mit äh Y Y Hallo Ja Hallo 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 Wir müssen nur in dieses letzte Ding dran Indem man mit dem Y Oh das wieder Guck Man muss mit dem Big Boy hier Muss man nicht Perfekt Und jetzt was jetzt Und jetzt ganz nach oben So jetzt Wenn wir jetzt Zu dem Ding hier gehen Den Boys hier Schau mal Oh Dann können wir da drauf springen Und dann so langsam Ja das war sehr gut Ja das war sehr gut Warte lenkt die ab Lockt die dahin Lockt die dahin Lockt die zu mir Und dann mach ich das Und lockt die an Ne nicht dahin Äh lockt die ganz an den Rand hier Ganz an den Rand hier Ja Ja Äh Habs Wow Wir haben's Also das war jetzt nicht Also wir haben's Amin Ich mein wir haben's Aber das ist so der Plan Nein weil der ursprüngliche Ist die andere Frage Aber wer haben's Also ich renne jetzt Oh oh Da muss man doch Ne gutes Ding Auch so Ne dreifach Oh ich bin da oben drauf Smart Plop Plop Wir haben nur noch ein Leben Was passiert jetzt Ja das Das müssen wir mal gucken Mal schauen was ist Kann ich höher springen Als Luigi Oha Jetzt haben wir zwei Sticker gefunden Sticker Cute Perfekt Nice Äh Okay Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal